Die Blasinstrumentenserien 650 und 501 von KON. Für den Spaß an der Musik von Anfang an. Das Baritonhorn BH 650 von KON bietet wegen seiner kompakten Bauweise bereits Kindern ideale Voraussetzungen für das erfolgreiche Erlernen eines tiefen Blechblasinstrumentes der Bariton-Tonlage. Aber auch immer mehr Erwachsene mögen die unkomplizierte Handhabung und die angenehme Haltung des Instrumentes. Ursprünglich aus den englischen Brassbands hervorgehend werden Baritonhörner dieser geraden Bauart mittlerweile sehr gerne bei der Instrumentalausbildung für tiefe Blechblasinstrumente in Bläserklassen und Musikschulen eingesetzt. Aber auch in Blasorchestern und Posaunenchören finden sie immer mehr Verwendung. Der Bohrungsdurchmesser von 12,8 mm ermöglicht eine leichte und direkte Tonansprache. Der Durchmesser des Schallstücks beträgt 211 mm und bietet eine ausgewogene Klangabstrahlung über alle Tonlagen. Die Verwendung von Goldmessing schützt das Mundrohr vor Korrosion und erhöht die Haltbarkeit. Neusilber als härteres Material gegenüber Messing verringert die Gefahr, dass sich das Mundstück einmal im sogenannten Receiver festsetzen könnte. Präzise eingepasste Ventile aus Edelstahl sorgen für eine zuverlässige Funktion und ein angenehmes Spielgefühl. Ein auf der Oberfläche eingebrannter Klarlack verleiht dem Baritonhorn ein glanzvolles Erscheinungsbild. Für eine besonders edle Optik sorgt eine optionale Hochglanzversilberung beim Modell BH650S. Ein Original Vincent Bach Bariton Mundstück ist im Lieferumfang enthalten. Ob zur Probe, zum Unterricht oder zum Auftritt, mit dem praktischen Edoui mit Rucksackgurten kommt man überall gut an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017